Hallo, mein Name ist Shirley und ich bin Forscherin in dem Projekt Konkurrent und Komplementär, in dem wir untersuchen, inwieweit digitale Plattformen für die Förderung von Partizipationen, Kollaborationen, aber auch Mitbestimmung für die Beschäftigten eingeführt werden. Ich habe eine Kokosnuss dabei, denn unser Projekt heißt liebevoll Kokos. Konkurrent, aber auch komplementär. Einerseits konkurrent, weil diese Plattformen natürlich auch zur Konkurrenz von herkömmlichen Arbeitnehmervertretungen stehen, zum Beispiel Betriebsräten. Komplementär auf der anderen Seite jedoch, weil es natürlich im Sinne aller ist, mehr mitzubestimmen und diese Plattformen das sozusagen befördern können.